Mein Name ist Ulrike Torres, ich engagiere mich seit eineinhalb Jahren im Forschung des Insnetz-EV Jena. Der Trafo ist ein Kulturort, in dem verschiedene ästhetische Experimente gewagt werden können. Hier ist ein Ort zum Ausprobieren, ob Konzerte, Ausstellungen, Performances, Zirkus- oder Handkunstformen. Seit ungefähr zwei Jahren haben wir das Privileg, auch das Nachbargebäude bespielen zu dürfen. Das ist das Trafo Magazin. Hier fand im letzten Jahr unser Projekt Künstlerische Tatsachen statt. Ein Projekt, in dem KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen zusammengetroffen sind und eine gemeinsame Ausstellung ins Leben gerufen haben. In diesem Jahr geht unser Projekt in eine neue Runde. Wir wollen Kunstschaffende und Forschende aus unterschiedlichen Disziplinen einladen, hierher zu kommen. Es wird größer, lebendiger und spannender werden. Wir wollen das Trafo Magazin Jena gemeinsam renovieren und damit einen neuen Ort der Begegnung von Kunst und Wissenschaft schaffen. Doch damit das Projekt gelingt, brauchen wir eure Unterstützung. Wir möchten den alten, rissigen Fußboden austauschen und einen richtigen Tanzboden einbauen. So können Tanz- und Performance-Kollektive aus Mitteldeutschland diesen Raum bespielen. Diese Räume sollen Ateliers für KünstlerInnen werden. Wir wollen sie renovieren und im Sommer für die zweite Ausgabe der künstlerischen Tatsachen nutzen. KünstlerInnen aus aller Welt sollen sie als Arbeitsraum nutzen können. Mit den entstandenen Kunstwerken machen wir eine Ausstellung. Wir freuen uns sehr über jede Spende und Unterstützung, die ihr uns geben möchtet. Wir haben einige sehr schöne Dankeschöns für euch vorbereitet. Das ist zum einen unsere druckfrische Broschüre, Entstehung einer künstlerischen Tatsache, in der der Prozess unseres letzten Jahres dokumentiert und alle Hintergrundinformationen bündelt. Außerdem haben wir tolle Drucke von Kunstwerken der Künstlerin Tamara Knapp, die letztes Jahr bei uns Residency mitgemacht hat. Dann gibt es noch ein besonders exklusives Dankeschön für alle, die sich vorstellen können, das Trafo Magazin selbst zu nutzen. Ob als Produktionsort, Proberaum oder Veranstaltungsort. Wir bieten euch einen regelmäßigen Termin an, den wir mit euch vereinbaren wollen. Seid dabei und teilt unsere Crowdfunding-Aktionen mit eurer Familie, FreundInnen, Bekannten und auf Social Media. Mit eurer Hilfe schaffen wir es, dem Trafo Magazin Neues Leben einzuhauen. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank für eure Unterstützung.